Porsche-Chef Wendelin Wiederking muss gehen und Quartar steigt nicht bei Porsche ein. Autor de Seltsamkenzi Ich hatte es ja bereits gestern Morgen im Internet verbreitet, dass sicher ist, dass Porsche-Chef Wiederking noch diese Woche fliegt. Auch wird es offensichtlich nicht mehr zu einer Beteiligung von Quartar kommen, die Quartare denken bereits über einen Rückzug nach. Doch gestatten Sie mir, dass ich da noch etwas Privates sage. Die Tagesschau der ARD meldete gestern Abend in einer Top-Meldung, Wiederking muss gehen und bezog sich auf eine Meldung am Nachmittag von dem angesehenen Wirtschaftsmagazin Vivo. Nur, enttäuscht bin ich schon, ich hatte die Meldung herausgefunden und bereits gestern Morgen im Internet verbreitet. Es ist nämlich eine Insider-Meldung. Und glauben Sie mir, auch wenn es langsam abebt, aber ich kenne Gott und die Welt und habe beste Verbindungen weltweit in den Jahren aufgebaut und da erfährt man mal dies und das aus erster Hand. Aber nun zu Porsche. So viel will und kann ich nicht sagen, zumal exakte Details auch mir nicht bekannt sind. Aber, Wendelin Wiederking soll noch diese Woche den Hut nehmen, der wehrt sich nur noch, und auch die Beteiligung eines Scheichtums wird zurückgefahren. Das ist insoweit noch nicht beherkannt, aber man bereitet bereits den Rückzug vor und der dürfte auch kommen. Das weiß ich nunmehr aus erster Hand, und wenn Araber etwas sagen, dann gilt deren Wort. Aber Porsche ist gerettet. Volkswagen hat 700 Millionen gewährt, eine Bank in Tokio ebenfalls etwa 700 Millionen und für das operative Geschäft fehlen noch etwa 1,7 Milliarden. Über diesen Betrag denken bereits Banken nach und sind auch bereit, ein Darlehen zu geben. So zugeknöpft sind also die Banken nicht, wie der deutsche Finanzminister immer sagt. Porsche ist so gut wie gerettet und auch dieses Around-Options-Geschäft wird in der nächsten drei Monate abgewickelt. Da es fällt dann auch etwa in den Bundestagswahlkampf und da wird es weniger Wirbel geben, weil die Wahlparteien im Wahlkampf darauf achten müssen, dass klar ist, sie seien an der Misere nicht schuld. Und da Volkswagen bereits zu 50% in Familienbesitz und zu 20% in Niedersachsenbesitz ist, wird es schwierig, die Aktien der letzten 30% zu liefern, keiner verkauft schließlich. Ich prognostiziere, die VW-Aktie wird noch in diesem Jahr einen kurzfristigen Höhenflug von mindestens 400 Euro, voriges Jahr waren es zeitweise 1000 Euro, machen. Und freuen kann ich mich auch, ein paar VW-Aktien habe ich auch, aber noch aus alter Zeit, den 60ern. Damals hat man Volkswagen als sogenannte Volksaktie herausgebracht. Ludwig Erhard, der Wirtschaftsminister war es, der würde sich heute im Grabeherr umdrehen, wenn er er führe, was gewisse Scheusale der Wirtschaft daraus gemacht haben. Dr. De Seltsamkenzi Porsche-Chef Wendelin Wiederking muss gehen und Quartar steigt nicht bei Porsche ein. Autor De Seltsamkenzi Ich hatte es ja bereits gestern Morgen im Internet verbreitet, dass sicher ist, dass Porsche-Chef Wiederking noch diese Woche fliegt. Auch wird es offensichtlich nicht mehr zu einer Beteiligung von Quartar kommen, die Quartare denken bereits über einen Rückzug nach. Gestatten Sie mir, dass ich da noch etwas Privates sage. Die Tagesschau der ARD meldete gestern Abend in einer Top-Meldung, Wiederking muss gehen und bezog sich auf eine Meldung am Nachmittag von dem angesehenen Wirtschaftsmagazin Vivo. Nur, enttäuscht bin ich schon, ich hatte die Meldung herausgefunden und bereits gestern Morgen im Internet verbreitet. Es ist nämlich eine Insidermeldung. Und glauben Sie mir, auch wenn es langsam abebt, aber ich kenne Gott und die Welt und habe beste Verbindungen weltweit in den Jahren aufgebaut und da erfährt man mal dies und das aus erster Hand. Aber nun zu Porsche. So viel will und kann ich nicht sagen, zumal exakte Details auch mir nicht bekannt sind. Aber, Wendelin Wiederking soll noch diese Woche den Hut nehmen, der wehrt sich nur noch, und auch die Beteiligung eines Scheichtums wird zurückgefahren. Das ist insoweit noch nicht beherkannt, aber man bereitet bereits den Rückzug vor und der dürfte auch kommen. Das weiß ich nunmehr aus erster Hand, und wenn Araber etwas sagen, dann gilt deren Wort. Aber Porsche ist gerettet. Volkswagen hat 700 Millionen gewährt, eine Bank in Tokio ebenfalls etwa 700 Millionen und für das operative Geschäft fehlen noch etwa 1,7 Milliarden. Über diesen Betrag denken bereits Banken nach und sind auch bereit, ein Darlehen zu geben. So zugeknöpft sind also die Banken nicht, wie der deutsche Finanzminister immer sagt. Porsche ist so gut wie gerettet und auch dieses Around-Options-Geschäft wird in der nächsten drei Monate abgewickelt. Da es fällt dann auch etwa in den Bundestagswahlkampf und da wird es weniger Wirbel geben, weil die Wahlparteien im Wahlkampf darauf achten müssen, dass klar ist, sie seien an der Misere nicht schuld. Und da Volkswagen bereits zu 50% in Familienbesitz und zu 20% in Niedersachsenbesitz ist, wird es schwierig, die Aktien der letzten 30% zu liefern, keiner verkauft schließlich. Ich prognostiziere, die VW-Aktie wird noch in diesem Jahr einen kurzfristigen Höhenflug von mindestens 400 Euro, voriges Jahr waren es zeitweise 1000 Euro, machen. Und freuen kann ich mich auch, ein paar VW-Aktien habe ich auch, aber noch aus alter Zeit, den 60ern. Damals hat man Volkswagen als sogenannte Volksaktie herausgebracht. Ludwig Erhard, der Wirtschaftsminister war es, der würde sich heute im Grabeherr umdrehen, wenn er er führe, was gewisse Scheusale der Wirtschaft daraus gemacht haben. Dr. De Seltsamkenzi Porsche-Chef Wendelin Wiederking muss gehen und Quartar steigt nicht bei Porsche ein. Autor De Seltsamkenzi Ich hatte es ja bereits gestern Morgen im Internet verbreitet, das sicher ist, dass Porsche-Chef Wiederking noch diese Woche fliegt. Auch wird es offensichtlich nicht mehr zu einer Beteiligung von Quartar kommen, die Quartare denken bereits über einen Rückzug nach. Gestatten Sie mir, dass ich da noch etwas Privates sage. Die Tagesschau der ARD meldete gestern Abend in einer Top-Meldung, Wiederking muss gehen und bezog sich auf eine Meldung am Nachmittag von dem angesehenen Wirtschaftsmagazin Vivo. Nur, enttäuscht bin ich schon, ich hatte die Meldung herausgefunden und bereits gestern Morgen im Internet verbreitet. Es ist nämlich eine Insider-Meldung. Und glauben Sie mir, auch wenn es langsam abebt, aber ich kenne Gott und die Welt und habe beste Verbindungen weltweit in den Jahren aufgebaut und da erfährt man mal dies und das aus erster Hand. Aber nun zu Porsche. So viel will und kann ich nicht sagen, zumal exakte Details auch mir nicht bekannt sind. Aber, Wendelin Wiederking soll noch diese Woche den Hut nehmen, der wehrt sich nur noch, und auch die Beteiligung eines Scheichtums wird zurückgefahren. Das ist insoweit noch nicht beherkannt, aber man bereitet bereits den Rückzug vor und der dürfte auch kommen. Vielen Dank. Vielen Dank.